Hi und herzlich willkommen bei Owned. Mein Name ist Halbgott und heute möchten wir mal über Countdowns sprechen. Wir schauen uns an, wie wir sie in OBS reinkriegen und wie wir sie verwenden können, beziehungsweise für was sie eigentlich gut sind. Bleibt auf jeden Fall dran. Owned. Creating Stream Experiences. Bei dem Begriff Countdown gibt es ja eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Der Countdown ist im Endeffekt einfach eine Zeit, die nach unten zählt und am besten sollte dann, sobald er abgelaufen ist, irgendetwas passieren. Die meisten verwenden es beispielsweise für einen Starting Screen, das heißt, ihr könnt euren Stream starten. Es läuft beispielsweise einen 5- oder 10-Minuten-Counter, die Zeit läuft nach unten. In der Zeit könnt ihr noch ein bisschen was vorbereiten, die Leute können sich in den Stream einfinden. So können die Leute natürlich dann wissen, wann euer Stream losgeht. Es gibt nichts Schlimmeres als einfach ein Starting Screen ohne Countdown und die Leute warten 10 Minuten, 15 Minuten und wissen nicht, wann es losgeht. Denn dann ist eben auch irgendwann die Lust weg und die Leute werden gehen. Aber wir können das Ganze nicht nur für einen Starting Screen verwenden, sondern wir können ja auch einen Countdown verwenden, um beispielsweise Ziele zu erreichen. Wir sagen, wir möchten dieses Level schaffen in unter 5 Minuten. Natürlich kann man ebenso einen Countdown auch perfekt für sowas verwenden. Es gibt auch Programme, die haben einen Countdown und einen Countup, wobei man zum Beispiel auch nochmal sagen kann, wir möchten jetzt wissen, wie schnell wir dieses Spiel durchspielen können. Und deswegen machen wir einen Countup, der eben dann unsere Spielzeit zählt, die wir dann auch starten, stoppen, pausieren und so weiter können. Und dazu schauen wir uns heute mal einige Möglichkeiten an, wie man das reinbekommt in seinen Stream und wie man das Ganze dann in OBS oder jeglichen anderen Programmen verwenden kann. Und das Coole dabei ist, alle Varianten, die ich euch jetzt zeigen werde, die sind komplett kostenlos und können innerhalb von ein paar Minuten nachgemacht werden. Los geht's! Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen Countdown in euren Stream zu bringen und überhaupt nichts machen zu müssen, ist OnPro. OnPro haben wir ja schon ein Video gemacht, das könnt ihr in der Infokarte rechts oben jetzt anklicken, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Mit OnPro habt ihr, wenn ihr einen Overlay installiert, direkt schon einen Countdown drin in der Starting Soon sehen, die ist natürlich dann automatisch mit installiert. Ihr könnt im Endeffekt diese Zeit noch anpassen und das war's schon. Das ist wirklich eine extrem einfache Möglichkeit, einen Countdown in seinen Stream zu bringen und es ist auch ganz einfach, wie man diese Zeit ändert. Hierzu öffnet ihr einfach die OnPro-Seite, wo ihr auch im Endeffekt eure ganze OnPro-Sachen verwalten könnt und könnt hier unter Settings Configure Countdown bzw. im Deutschen dann Countdown anpassen klicken. Und hier könnt ihr einfach die Zeit anpassen. Das heißt, wir wollen vielleicht keine 10 Minuten, 10 Minuten kommt uns zu lange vor oder wir brauchen einfach keine 10 Minuten, die Leute sind schon schneller da. Da machen wir einfach eine 5 draus, drücken Save Changes und beim nächsten Mal, wenn wir OBS starten, haben wir eben diesen Countdown von 5 Minuten. Das aktualisiert sich also mit dem nächsten Start, was wirklich eine richtig, richtig gute Sache ist. Solltet ihr beispielsweise das Twitch Studio verwenden, das heißt die Streaming-Software direkt von Twitch, dann habt ihr natürlich auch eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, dort einen Countdown einzufügen. Und das geht schon mit bordeigenen Mitteln dieser Software. Und das Ganze ist auch recht einfach gelöst. Ihr klickt hier unten in der Szene, in der ihr eben einen Countdown wollt, klickt ihr auf Szene bearbeiten und anschließend hier auf das Plus und könnt dann einen Countdown einfügen. Da klickt ihr drauf, drückt auf hinzufügen und anschließend habt ihr hier auch schon diesen Countdown, den könnt ihr dann an die jeweilige Position schieben, beispielsweise hier hin. Auf der rechten Seite kann man dann nochmal einige Sachen einstellen, beispielsweise können wir hier auf der rechten Seite bei Countdown-Dauer die Zeit ändern. Die ändert sich tatsächlich auch in Echtzeit. Ihr könnt den jetzt schon starten oder eben zurücksetzen, aber was noch wichtiger ist, bei Sichtbarkeit starten beispielsweise. Das heißt, wir können sagen, sobald eben diese Szene aufgerufen wird, wird dieser Timer automatisch gestartet. Das Ganze funktioniert dann auch tatsächlich problemlos und sobald ihr jetzt beispielsweise diese Szene eben wechselt, läuft diese Zeit einfach weiter. Alternativ, wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr einfach hier diesen Countdown nochmal bearbeiten, bei Sichtbarkeit zurücksetzen, speichern und dann könnt ihr sagen, okay, sobald ich eine Pause mache, bin ich maximal fünf Minuten weg. Das heißt, wir klicken auf Standard, sind ganz normal im Stream und sobald wir aber dann wieder auf diese Szene wechseln, geht der Countdown zurück und startet sich aber trotzdem automatisch. So hat man wirklich einen großen Spielraum, dass man auch diesen Countdown wirklich gut verwenden kann für den Stream bzw. für Pausen, für den Starten. Man kann ja überall in jeder Szene einen eigenen Countdown machen, was wirklich extrem praktisch ist. Als nächstes haben wir eine der umfangreichsten Softwares, was das Thema Countdown, Countup und alles mögliche angeht und das nennt sich SNAS. Jetzt schauen wir uns mal noch eine Software an, die eben all das vereint. Wir haben einen Countdown, einen Countup, also einen Hochzähler, einen Runterzähler. Wir haben wirklich extrem viele Möglichkeiten. Das ist noch gar nicht alles, was dieses Programm kann. Das Programm ist von JimmyApple erstellt worden und lässt sich auf GitHub herunterladen. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung und das Ganze ist auch ganz einfach. Ihr klickt einfach auf Download SNAS und dann auf das SNAS-Setup.exe. Das Ganze ist eigentlich eine ganz selbstverständliche Installation, also einfach alles auf den jeweiligen Punkten installieren und anschließend starten. Nun haben wir hier verschiedene Möglichkeiten für Einstellungen und wir werden jetzt einfach mal zusammen einen ganz simplen Countdown machen. Und wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz zusammen das Programm durch und anschließend fügen wir mal einen Countdown in OBS ein. Ihr habt hier eben verschiedene Möglichkeiten in diesem Programm Dinge in Textdateien zu speichern und diese Textdateien könnt ihr dann in euer OBS laden. Diese Textdateien werden ja regelmäßig aktualisiert von OBS und das Programm verändert eben diese Textdateien. Das heißt, wenn es eben runterzählt, ändert es immer wieder diese Textdatei ab, um eine Sekunde runter zu zählen und dementsprechend wird das auch genauso in eurem OBS angezeigt. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten die Computerzeit anzuzeigen, das Datum und so weiter und so fort. Aber das, was uns eigentlich interessiert, sind die sogenannten Chronos. Ihr klickt da also drauf und dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal Chrono Down und einmal Chrono Up. Ihr könnt also sagen, wir möchten von 10 Minuten runterzählen. Dementsprechend können wir hier bei Chrono Down aus dem 0,0 hier eine 10 machen und hier über diese Tasten starten und stoppen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Countdown starten, dann sehen wir hier bei Live Output, was eben gerade die aktuelle Zeit ist. Wir haben hier einen Pfad angezeigt von der Textdatei und genau diese Textdatei, darin wird jetzt eben diese Zeit gespeichert. Diese Textdatei bügen wir jetzt in unser OBS ein. Wir klicken also hier auf Copy Path to Clickboard und öffnen anschließend unser OBS. Um so einen Countdown jetzt in euren Stream einzufügen, klickt ihr hier unten bei Quellen auf das Plus und anschließend auf Text. Das Ganze können wir dann noch umbenennen. Wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Countdown Underline Snaz. Drücken auf OK. Und anschließend haben wir hier die Möglichkeit aus Datei lesen anzuklicken. Das Ganze klicken wir an und dann müssen wir einen Pfad angeben. Wir klicken auf Durchsuchen und wechseln anschließend in den Ordner, der uns eben gesagt wurde. Das heißt, in unserem Fall C, Snaz und Textfiles. Und wir haben jetzt eben hier diese Datei, Chrono Down. Und das ist genau das, wo es eben diesen Countdown reinschreibt die ganze Zeit. Wir klicken hier drauf und drücken auf Öffnen und automatisch wird uns der Inhalt dieser Textdatei angezeigt. Und der aktualisiert sich die ganze Zeit. Sobald sich diese Datei verändert, wird die in OBS neu geladen und dementsprechend haben wir jetzt einen Countdown. Wir haben hier also auch nochmal die Möglichkeit natürlich alles anzupassen, wie wir es wollen. Da sind uns jegliche Farben, Schriftarten so frei überlassen. Es wird im Endeffekt einfach nur der Inhalt da reingeschrieben. Wir drücken auf OK und haben eben jetzt unseren Countdown hier drin. Und können den so anpassen, wie wir das gerne hätten. Und so ist dieser Countdown hier drin. Wenn wir den ganzen jetzt stoppen wollen, dann wechseln wir rüber in die Snaz Software und drücken hier auf Stop. Und sofort ist der Countdown weg. Wollen wir den nur kurz pausieren, dann drücken wir auf Start. Und drücken anschließend auf Pause. Und wenn ihr jetzt mal beobachtet habt, in OBS wird exakt in Echtzeit das gemacht, was wir eben hier in der Software einstellen. Es gibt in diesem Programm noch viel, viel mehr Möglichkeiten, auf die wir jetzt eigentlich gar nicht so genau eingehen möchten. Probiert euch da einfach mal aus. Ihr könnt, wenn der Countdown abgelaufen ist, einen Sound abspielen. Ihr könnt das Ganze umkehren. Wenn ihr beispielsweise einen Speedrun oder so macht, könnt ihr die Zeit einfach hochzählen lassen. Das Ganze pausieren und beim nächsten Mal wieder starten. Denn das ist wirklich eine super gute Software für Countdowns, wenn es mal ein bisschen, ja, wenn ein bisschen aufwendiger sein soll. Beispielsweise eben für solche Speedruns und so, wo man mal wirklich schnell was pausieren möchte oder halt wirklich eine recht präzise Zeit haben möchte. Ich kann diese Software nur empfehlen. Probiert sie einfach mal aus. Sie ist wirklich selbstverständlich und da steckt eine Menge Mühe dahinter. Wenn man jetzt trotzdem einen Countdown will, möchte aber kein Plugin, keine extra Software oder sonstiges verwenden, dann kann man das Ganze auch als sogenannte Browserquelle hinzufügen. Und hierzu gibt es die Webseite Voaki. Ihr klickt hier auf Press Enter und anschließend bei Projects könnt ihr hier einen Stream Countdown hinzufügen. Trotzdem handelt es sich hierbei eigentlich um nochmal einen anderen Countdown. Wenn ihr beispielsweise vielleicht einen richtig langen Vorabzeit habt und ihr sagt, okay, heute um 17 Uhr geht es erst los. Dann kann man hier beispielsweise 17 Uhr eingeben und hier nochmal anzeigen, wie das Ganze, ja, dargestellt werden soll. Wenn wir auf Relative klicken, heißt es jetzt in meinem Fall, dass es theoretisch in 24 Minuten losgehen sollte. Wir können auch hier den Text nochmal anpassen, machen hier einfach mal einen Test, 1, 2, 3 rein. Sobald wir auf Create klicken, heißt es, okay, der Stream startet in 23 Minuten. Gut, das Ganze ist eigentlich auch ganz einfach in OBS zu bekommen. Hierzu müsst ihr einfach nur den Link dieser Webseite kopieren. Das Ganze kopiert ihr und geht dann anschließend in euer OBS und fügt nun eine sogenannte Browserquelle hinzu. Hierdurch wird die Voaki Website einfach gespiegelt und in eurem OBS angezeigt. Das heißt, wir können jetzt hier mal beispielsweise Browser, Underline, Voaki eingeben, fügen hier unseren Link ein, den wir kopiert haben, drücken auf OK und anschließend wird eben genau dieser Countdown hier dargestellt. Das heißt, die Webseite wird einfach quasi gespiegelt und in unserem OBS angezeigt. Können wir also auch schön als Countdown verwenden. Wenn wir beispielsweise vielleicht auch auf Mitternacht oder so warten, ist das vielleicht eine echt coole Sache. Zum Beispiel um Mitternacht wird ein Spiel released und wir machen diesen Countdown rein, weil wir genau wissen, okay, heute um 0.00 Uhr ist es soweit. Und dann heißt es halt hier eben in 4 Stunden, 2 Stunden, 22 Minuten und so weiter und so fort. Also auch eine sehr hilfreiche Sache, wenn man eben diesen Fall mal hat, dass man so eine präzise Zeit braucht. Ansonsten auch auf jeden Fall eine der anderen Möglichkeiten verwenden. Auch hierbei gilt, Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und das war es eigentlich grundsätzlich schon mit dem Video zu den Countdowns. Ihr habt jetzt wirklich einige Möglichkeiten, mit denen ihr mal rumspielen könnt, ein bisschen rumprobieren könnt, welches euch am besten liegt. Es gibt noch ein paar kleinere Fragen, die immer mal wieder häufig gestellt werden und ich werde dazu mal versuchen, meine eigene persönliche Meinung abzugeben. Eine der häufigsten Fragen, die immer wieder gestellt wird, ist, wie lange sollte denn ein Countdown maximal sein? Und das ist im Endeffekt ziemlich abhängig auch von eurer Community. Ich würde immer sagen, je kürzer, desto besser. Denn ich persönlich sehe das so, dass wenn ich zu lange warten muss, auch wenn ich weiß, okay, es geht in 10 Minuten los, dann sage ich, okay, dann mache ich vielleicht noch was anderes. Und es könnte halt sein, dass eben dieser Zuschauer, der gesagt hat, okay, ich komme in 10 Minuten nochmal, eben nicht mehr kommt, weil er jetzt gerade eine neue Beschäftigung gefunden hat. Gerade beim Starting Screen sollte der Countdown meiner Meinung nach so gering wie möglich sein. Versucht es mal mit 5 Minuten, versucht es mal mit 3 Minuten oder versucht es mal mit gar keinem. Probiert es einfach mal aus, aber macht den Countdown auf keinen Fall zu lange. Und das war es mit dem ganzen Video eigentlich schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei Fragen natürlich wieder gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten immer ganz viel Spaß beim Streamen. Macht's gut, viel Spaß mit den Countdowns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.